Eines Morgens, zu Beginn unserer zweiten Woche im Fenster, unterhielt ich mich mit Rosa über irgendetwas, das auf der Straßenseite gegenüber zu sehen war, und brach ab, als ich merkte, dass Josie vor uns auf dem Gehsteig stand. Ihre Mutter war bei ihr. Diesmal war kein Taxi hinter ihnen, aber es konnte natürlich sein, dass sie aus einem ausgestiegen waren und das weitergeschickt hatten, ohne dass es mir aufgefallen war, weil sich zwischen unserem Fenster und der Stelle, an der sie jetzt standen, eine Touristengruppe versammelt hatte. Aber jetzt setzten sich die Vorbeigehenden langsam wieder in Bewegung, und Josie strahlte mich glücklich an. Wenn sie lächelte, der Gedanke kam mir erneut, schien ihr Gesicht vor Freundlichkeit überzufließen. Sie konnte nicht zum Fenster kommen, weil ihre Mutter sich zu ihr hinuntergebeugt und eine Hand auf ihre Schulter gelegt hatte, während sie mit ihr redete. Die Mutter trug einen Mantel, einen dünnen, dunklen Ranghuhn, der im Wind ihren Körper umflatterte, sodass sie mich kurz an die dunklen Vögel erinnerte, die auch bei starkem Wind gern auf den Verkehrsampeln saßen. Doch Josie und die Mutter blickten mich während ihres ganzen Gesprächs unverwandt an, und ich sah, dass Josie unbedingt zu mir wollte, die Mutter sie aber nicht ließ, sondern weiterredete. Ich wusste, dass ich jetzt wie Rosa das RPO-Gebäude betrachten sollte, und doch musste ich immer wieder einen verstohlenen Blick auf die beiden werfen, weil ich so besorgt war, sie könnten in der Menge verschwinden. Schließlich aber richtete die Mutter sich auf, und obwohl sie mich weiter anstarrte und sogar ihre Kopfhaltung veränderte, wenn Vorbeigehende ihr kurz die Sicht auf mich nahm, ließ sie die Hand von Josies Schulter gleiten, und Josie kam mit ihrem behutsamen Gang auf mich zu. Ich hielt es für ein gutes Zeichen, dass Josie allein zu mir kommen durfte, doch beim Blick der Mutter, der nie weich wurde oder auswich, und überhaupt ihrer Haltung, die Arme vor der Brust verschränkt, die Finger in den Mantelstoff gekrallt, wurde mir klar, dass ich noch sehr viele Signale zu deuten lernen musste. Doch dann stand Josie vor mir auf der anderen Seite der Glasscheibe. Hey, wie ist es dir ergangen? Ich lächelte, nickte und hielt einen gestreckten Daumen hoch. Die Geste hatte ich oft in den interessanten Zeitschriften gesehen. Tut mir leid, dass ich nicht früher kommen konnte, sagte sie. Es ist wahrscheinlich schon … Wie lang her? Ich hielt drei Finger hoch und fügte einen halben Finger der anderen Hand hinzu. Zu lang, sagte sie. Entschuldige, hast du mich vermisst? Ich nickte und setzte ein trauriges Gesicht auf, bemühte mich aber klarzumachen, dass ich es nicht ernst meinte und mich nicht aufgeregt hatte. Ich hab dich auch vermisst. Ich wollte wirklich schon früher wiederkommen. Du hast vielleicht gedacht, ich hab mich verdrückt. Tut mir echt leid. Ihr Lächeln ließ ein bisschen nach, als sie hinzufügte, »Wahrscheinlich waren in der Zwischenzeit schon viele Kinder hier, um dich zu sehen.« Ich schüttelte den Kopf, aber Josie war nicht überzeugt. Sie drehte sich zu ihrer Mutter um, nicht weil sie Unterstützung suchte, sondern um sich zu vergewissern, dass sie sich nicht genähert hatte. Mit gesenkter Stimme sagte sie dann, »Sieht komisch aus. Ich weiß schon, wie Mom dasteht und aufpasst. Ich hab ihr nämlich gesagt, dass ich genau dich haben will und keine andere, und jetzt checkt sie dich ab. Sorry.« Wie schon beim letzten Mal meinte ich wieder einen Anflug von Traurigkeit zu erkennen. »Du kommst doch zu uns, oder? Wenn Mom sagt, es ist okay und alles?« Ich nickte aufmunternd, doch ihr Gesicht zeigte noch immer Unsicherheit. »Weil ich möchte nicht, dass es gegen deinen Willen passiert. Das wär nicht fair. Ich wünsch mir wirklich, dass du kommst. Aber wenn du sagst, Josie, ich will nicht, dann sag ich zu Mom, okay, es geht nicht, sie will nicht. Aber du willst doch, oder?« Deine Mann wird, wenn du ужас which vai während der OP hter. Wir können darüber nachdenken, dass es miserlich ist.